Ein ganz außergewöhnliches Stück kann ich Ihnen hier präsentieren. Es handelt sich um ein Goldbandglas, in dem in der Antike Parfums aufbewahrt wurden. Bemerkenswert ist vor allem sein Abschluss. Er ist gefertigt, in Form eines Kopfes. Daran befindet sich die Nadel, mit der das Parfum aus dem Behälter herausgeholt und auf der Haut verstrichen werden konnte. Derartig aufwendig, ja einmalig gearbeitete Schmuckobjekte sind zweifellos dem Haushalt hochgestellter Persönlichkeiten innerhalb des Römischen Reiches zuzuordnen. In dieser Erhaltung außerordentlich selten.